Grecio Baumann entwickelt, produziert und vertreibt innovative textile Lösungen für die Raumgestaltung. Und das seit 1886 aus Langenthal in der Schweiz. Seit mehr als 130 Jahren ist unser Handeln getrieben von einem Pioniergeist, der immer wieder für textile Innovationen sorgt. Dabei haben wir uns ästhetischen, technologischen, qualitativen und nachhaltigen Aspekten besonders verschrieben. Weltweit führend ist heute Grecio Baumann im Bereich hochfunktionaler akustischer Lösungen. Jetzt ist der Moment, durch eine zeitgemäße Anpassung der Corporate Identity dafür zu sorgen, dass sich die laufende Weiterentwicklung unseres Portfolios auch im Auftreten der Marke widerspiegelt. Ein modernes und selbstbewusstes Branding das Detail an der Marke treu bleibt, sich im Charakter aber weiterentwickelt. Ein Rebranding ist immer ein grosser Schritt und es ist vor allem ein Ausdruck von unserem starken Zukunftsglauben. Damit setzen wir unsere Pionierrolle fort.